Liebe RFS-Familie, 2020 geht langsam zu Ende. Was für ein verrücktes Jahr. Was für eine Herausforderung für uns alle. Nichts war normal. Training in kleinen Gruppen, Fußball ohne Körperkontakt, kaum Zuschauer. Das alles haben wir gemeinsam hinbekommen und das Beste daraus gemacht. Und ihr wart immer mit uns am Ball. Dafür sagen wir Danke. Liebe Eltern, liebe Kids, liebe Freunde der MFS, ihr seid der Hammer. Euer Zuspruch, eure Unterstützung, eure Kommentare. Eure Klicks, eure Likes, eure Videos. Euer Mitmachen beim Fußballkindergarten, beim Fördertraining und beim Feriencamp nach Hause. Eure Moves, Tricks und schnellen Beine bei unseren Challenges. Egal ob aus Bayern, NRW, dem restlichen Deutschland oder aus Österreich. Das alles überwältigt uns und wir bedanken uns von ganzem Herzen für eure Solidarität und Treue. Ihr könnt uns glauben, das hat uns unwahrscheinlich motiviert und uns durch dieses verrückte Jahr gebracht. Eure Energie beflügelt uns wirklich sehr und wir wissen, wir haben die besten Kunden der Welt. Eins steht fest, sobald wir dürfen, stehen wir wieder auf dem Platz. Mit euch. Wir wünschen euch schöne Feiertage und einen gesunden Start ins neue Jahr. Bleibt mit uns am Ball. Wir freuen uns riesig auf viele gemeinsame Fußballerlebnisse im kommenden Jahr. Wir wünschen euch frohe Weibanden. Euer Team der MFS. Wir wünschen euch noch wie options. Wir wünschen euch noch den 벌써 geil. Da ist gut wieder. Wir wünschen euch noch ein bisschen weiter. Untertitelung des ZDF, 2020